Zur IFAD 2018 gibt es erstmalig eine neue Verteilung der Ausstellungsbereiche. In der neuen Hallenstruktur finden Sie uns auf dem Freigelände F7. Sie erreichen uns über den Eingang Ost mit der U-Bahn bis Messestadt Ost und die Parkplätze im Freigelände. Vom Flughafen fährt Sie ein Shuttlebus direkt zum Busbahnhof am Eingang Nord. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IFAD 2018. Untertitelung des ZDF für funk, 2017